Christian Zabach, selten auch Christian Zabach, ist ein ghanascher Fußballspieler. Karriere, bei King Harrison Ackrey groß geworden und aus der Jugend von Hartz-Sofok hervorgegangen, gelangte Zabach 1995 in die Jugendabteilung des FC Bayern München. Nachdem er mit der ghanaschen U17-Nationalmannschaft 1995 in Ecuador den Titel des U17-Weltmeisters errungen hatte, mit ihm wurde auch sein Mitspieler Emanuel Bentil verpflichtet. Zabach gehörte ab der Saison 1997 98. dem Profikader der Bayern an, kam dort jedoch zu keinem Pflichtspieleinsatz und wechselte im Rahmen eines Ausleihgeschäftes in der Winterpause der Saison 1998 99. zum Liga-Konkurrenten Hertha BSC. Sein Bundesliga-Debüt gab er am 24. Mai 1999 in der 80. Minute für Anthony Sané eingewechselt, beim 6-1-Sieg im Heimspiel gegen den Hamburger SV. Durch ein weiteres Ausleihgeschäft wurde Zabach zur Saison 1999-2000 an den Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld abgegeben, mit dem er allerdings als Tabellen-17. in die zweite Bundesliga abstieg und dort vertragsgemäß bis 31. Dezember 2000 jedoch ohne Pflichtspieleinsatz blieb. Zabach kam mit den Bayern-Amateuren mehrfach im DFB-Pokal gegen hörklassige Mannschaften zum Einsatz. Am 31. August 2002 unterlag er mit dem Regionalliga-Team mit 1 zu 2 dem FC Schalke 04. Am 2. August 2004 gewann man gegen die Profis von Borussia Mönchengladbach mit 7 zu 6 im Elfmeterschießen. Am 22. September 2004 wurde das Spiel gegen Alemannia Aachen mit 2 zu 1. Am 9. November 2004 gegen Eintracht Braunschweig mit 3 zu 2 gewonnen und am 1. März 2005 unterlag man mit 0 zu 3 gegen Werder Bremen. Aufgrund von personellen Engpässen im Abwehrbereich kehrte Sabah in der Saison 2006-07 in den Kreis des Profikaders zurück und saß bei mehreren Spielen auf der Ersatzbank. In der Saison 2007-08 war er als Vertragsspieler Teil des erweiterten Profikaders. Nach 16 Jahren verließ er den FC Bayern München und beendete im Sommer 2011 seine Profikarriere. Vom 1. November 2012 bis zum 30. Juni 2014 war er für die Münchner Amateure der SPVGG 1906 Heidhausen aktiv. Seitdem spielt er für den FC Wacker München. Sabah absolvierte 23 Junioren-Länderspiele für Ghana und gehörte der Olympia-Auswahlmannschaft an. Die im Olympischen Fußballturnier 1996 in Atlanta erst im Viertelfinale der Auswahl Brasiliens mit 2 zu 4 Toren unterlag. Seine beiden Treffer erzielte er am 23. Juli 1996 in Washington im zweiten Gruppenspiel beim 3 zu 2 Sieg über die Auswahl Italiens. Erfolge 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 Erfolge